Guten Morgen, mein Name ist Moro Angelic. Ich bin Witwe und hatte keine Chance, meinen verstorbenen Mann zur Welt zu bringen. Interesting. Ich leide seit 2018 an Krebs. Ich sterbe derzeit und möchte einen Teil meines Vermögens jemandem mit Zuversicht und gutem Herzen spenden. Bitte antworten Sie mir, wenn Sie interessiert sind. Ja, ja, die Angelic. Eigentlich habe ich ja auf einer Webseite für Kredite von privat zu privat inseriert, um Scammer für meine Videos anzuziehen. Manches Mal melden sich aber auch sehr großzügige Menschen, welche mich mit Spenden oder Erbschaften glücklich machen wollen. Und obwohl sich ohnehin alle meine Scammer sehr dämlich anstellen, schießt Angelic eindeutig den Vogel ab und macht aus Betrüger-Sicht so ziemlich alles falsch. Und diese Fehler zeige ich dir nach dem Intro. Angelic hat mich gefragt, ob ich denn Interesse an einer 40.000 Euro Spende hätte. Sie sucht nämlich noch eine seriöse und vertrauenswürdige Person. Da habe ich mich doch gleich darin gesehen und wollte ihre Telefonnummer, um alles Notwendige zu klären. Hallo sehr geehrter Herr, wie geht es Ihnen und Ihrer Familie in Bezug auf Ihren aktuellen Fall? Sagen Sie Ihnen was, damit wir den Prozess abschließen können. Sagen Sie Ihnen was, damit wir den Prozess abschließen können. Interessant. Keine Ahnung was mit sagen Sie Ihnen was gemeint ist. Ich habe jedenfalls geantwortet, dass es nicht an mir liege, dass noch nichts abgeschlossen ist, zumal ja sie selbst sich nun zwei Wochen nicht gemeldet hatte. Das hat sie anscheinend derart motiviert, dass sie sofort mit dem üblichen Datenklau begonnen hat. Allerdings schrecklich schlecht. Schauen wir mal rein. Hier also erstmal die Bedingungen, unter welchen ich die Spende überhaupt bekommen kann. Klar, man muss mindestens 18 Jahre alt sein, denn sonst können die Scammer ja nichts mit deinen Daten anfangen, wie zum Beispiel unter deinem Namen ein Bankkonto für andere Betrügereien zu eröffnen. Vom guten Charakter sind wir ohnehin alle, aber was, auch wenn sie einen Bund einhalten, bedeutet kannst du mir vielleicht in die Kommentare schreiben, denn ich kapiere es nicht. Dafür aber kapiere ich die nächste Aufforderung, auch wenn sie komplett wehrgeschrieben ist. Die will keinen ID-Test, sondern einen Ausweis. Die ursprüngliche Lichtfarbe soll wohl bedeuten, dass es ein Farbscan sein soll. Gehen wir mal davon aus. Ein Identitätsfoto ist einfach ein normales Foto von dir, damit das eben mit dem Ausweisfoto verglichen und die Echtheit bestätigt werden kann. Der Adressnachweis in Form einer nicht zu alten Rechnung wird verlangt, weil das gebraucht wird, damit die Scammer Adressnachweise haben, um in deinem Namen Konten zu eröffnen oder online einkaufen zu gehen. Dann will sie noch meine Bankdaten. Entweder um dann irgendwie Geld von meinem Konto zu ziehen oder um sicher zu sein, dass kein Online-Betrugskonto bei der Bank eröffnet wird, bei welcher ich tatsächlich bin und dass dann der Bank auffällt und der Scammer ein Problem bekommt. Also gut. Leider musste ich aufgrund dieser Anforderungen Bescheid geben, dass ich nicht alles erfüllen kann. Denn ich habe keinen guten Charakter, immerhin bin ich schon dreimal geschieden. Glücklicherweise habe ich mit Angelik eine verständnisvolle Frau als Gegenüber. Denn das habe ich als Antwort bekommen. Ja, manche Dinge passieren dem Menschen ganz natürlich. Ich bin niemand, der sie verurteilen kann. Wenn Sie dies möchten, füllen Sie bitte das Formular aus, damit wir das Wesentliche erledigen können. Dieses sogenannte Formular musste ich dann erst mal anfordern und bekam natürlich einfach eine Abfrage von persönlichen Daten und Informationen. Erst meinte ich zu ihr, dass sie ja mehr Informationen als ein Kreditinstitut haben will und ob wir das Ganze nicht vereinfachen wollen. Sie sollte einfach das Geld schicken und fertig. Da sie aber meine Daten für die Schenkungsurkunde braucht, habe ich ihr mal was geschickt. Schau dir das an, denn es gab keine Reklamation zu diesen Daten. Ich habe hier für das Video Vor- und Nachname wieder rausgenommen. Ich lebe in Austriaco, in der englisch geschriebenen Stadt spreche ich Deutsch und ein Telefon habe ich auch. Wie gesagt, keinerlei Reklamation dazu. Aber es kommt noch besser. Bei der Frage nach einem Lokal war ich mir nicht sicher, ob ich diese richtig verstanden habe. Wie soll ich denn ein Lokal empfehlen, wenn ich doch selbst kein Geld habe, um auszugehen? Man verzeihe mir meinen Schreibfehler, wo ich gebe anstatt von gehe geschrieben habe, aber war einfach so aufregend. Da passiert so etwas schon mal. Vielleicht kannst du mir ja in die Kommentare schreiben, was mit Lokal gemeint war. Die Frage nach dem oder einem Zustand ist auch interessant. Ohne zu wissen, was tatsächlich gefragt ist, habe ich einfach meinen mentalen Zustand beschrieben. Hier hätte ich mir dann doch einen Kommentar von Angelik erwartet. Als Bankverbindung habe ich einfach ein Konto eines anderen Scammers genommen. Ich bekomme ja genügend davon, um den Scammern Geld zu überweisen. Die Frage nach meiner Arbeit war unnötig, denn nachdem ich jetzt sowieso 40.000 Euro geschenkt bekomme, bleibe ich erstmal eine Zeit lang faul zu Hause. Jetzt bist wieder du gefragt, um mir zu erklären, was denn die monatliche Seite ist. Ich bin nicht drauf gekommen. Die einzige logische Frage nach jener zur Arbeit wäre die Frage nach dem monatlichen Einkommen gewesen. Ich finde aber keinen Zusammenhang mit dem Wort Seite. Und wo ist die Relevanz meines Einkommens bei einer Spende? Und wenn wir schon von der Spende reden, dann gleich mal zu den nächsten Punkten. Den Spendenbetrag hatte sie doch selbst mit 40.000 festgelegt. Verstehe daher die Frage nicht. Sicherheitshalber frage ich nach allem, was geht. Und spätestens beim Spendenzweck sollte Angelik mal reklamieren. Wurde aber anscheinend auch als gut befunden, dass ich alles Geld für Frauen und Alkohol ausgeben will. Das einzige, was tatsächlich nicht akzeptiert wurde, war das mitgeschickte Bild meines Reisepasses. Kann ich auch verstehen, ist doch ein wichtiger Bestandteil des Identitätsdiebstahls. Einen ordentlichen Scan meines Personalausweis oder Reisepasses brauchen die Scammer für alle nächsten illegalen Aktionen unter meinem Namen. Während meine Daten nun überprüft werden, werde ich erinnert, meinen doppelseitigen Personalausweis zu schicken. Mein Reisepass wird komplett ignoriert. Auch meine Feststellung, dass ich schüchtern bin, weil ich nicht so gut aussehe wie all die tollen Influencer, führte nur zur Ermahnung, dass es sich hier um wichtige Dinge handelt. Nachdem ich energisch darauf hingewiesen habe, dass ich keinen Personalausweis, sondern lediglich einen Reisepass besitze, war das Thema auch schon wieder erledigt. Angelik war glücklich und teilte mir mit, dass meine Akte erfolgreich registriert wurde und ich nun meine Spendenbeschränigung erhalten werde. Allerdings hatte ich einiges an diesem Dokument auszusetzen. Also ich muss schon sagen, dass ihr dieses sogenannte Dokument ganz schlecht gemacht habt. Alleine das Logo am Briefkopf ruft bei mir schon Brechreiz hervor. Dazu das ganz schlechte Deutsch und die vielen Schlampigkeitsfehler. Wäre das echt, müsste man alle Beteiligten kündigen. Aber ich verstehe, dass dies in eurem Fall nicht so einfach ist. Nicht jeder will so eine charakterlose Drecksarbeit machen, das erklärt ja auch den Fachkräftemangel in eurer Branche. Es wird plötzlich von einer Ablösesumme in der Höhe von 205 Euro gesprochen. Und wer bitte ist Hans Hermsen? Jemand, der zuvor beschissen werden sollte und ihr Superstars habt den Namen nicht geändert, bevor ihr den Dreck zu mir geschickt habt? Also war ich geduldig und ließ alle arrangieren, wurde aber wieder bitter enttäuscht, als das neue Dokument kam. Das hast du wunderbar schlecht gemacht. 1. Warum ist das Ausstellungsdatum der 20.04.2020? 2. Ganz unten beim Begünstigten steht Angelik. Also mein Name falsch geschrieben. 3. Die tolle Adresse in Graz gibt es nicht. 4. Justizministerium und Notariatskammer haben doch kein gemeinsames Briefpapier. Also alles zusammen Note 5 setzen. Lass dir bitte was einfallen, ich möchte mein Geld so schnell wie möglich haben. Und da habe ich noch gar nicht erwähnt, dass die Unterschriften nicht zu den Namen passen und dass im ersten Dokument die Rede von 205 Euro Gebühren war und hier sind es nun 250 Euro. Diese Scammer machen eigentlich alles falsch, was man nur falsch machen kann. Extrem dumm und schlampig. Ich sollte dann wieder Tippfehler der Sekretärin verzeihen. Nachdem ich mich dann einige Zeit nicht gemeldet hatte, kam tatsächlich ein drittes Dokument. Ich will in diesem Video gar nicht zu sehr ins Detail bei diesem Dokument gehen, dafür gibt es ja eigene Videos, worin ich diese schlechten Unterlagen der Scammer zerlege. Allerdings muss ich hier schon Wesentliches erwähnen. Die Angelegenheit hat plötzlich nichts mehr mit der Stadt Graz zu tun und die Spenderin ist in Deutschland zu Hause. Ich bin überraschenderweise in der Schweiz daheim und die Gebühr hat sich nach ursprünglich 205 bzw. 250 Euro in 240 Euro verwandelt. Und obwohl ich bei Angelic alle Fehler im Formular reklamiert hatte, bekam ich nur die Aufforderung, endlich zu unterschreiben, um meine Spende zu erhalten. Ich soll selbstverständlich das fehlerhafte Dokument unterschreiben. Ich habe dann etliche Erinnerungsschreiben von Angelic ignoriert, bis eine Neuerung meine Aufmerksamkeit erregte. Ich sollte doch, anstatt die über 200 Euro Gebühren zu zahlen, bei einer Nettostation eine 20-Euro-Steam-Karte kaufen, um mit dem Code die Überweisung meiner Spende zu aktivieren. Also ernsthaft jetzt! Wer steigt nicht spätestens jetzt aus, weil er den Betrug erkennt? Wie können diese Scammer erfolgreich sein? Hast du eine Antwort für mich? Ich verstehe es nicht. Denn auch wenn ich verzweifelt nach finanzieller Hilfe suche, lasse ich mich doch nicht auf so etwas ein. Oder? Jedenfalls gibt es zumindest in Österreich nach meinem Informationsstand keine Nettostation. Was soll ich nun tun? Und was hat bitte Steam damit zu tun? Die Antwort, dass mir Herr Bank bei der Spende behilflich ist, wenn ich doch einfach nur diese 20-Euro-Karte kaufe, hat mich auch nicht befriedigt. Natürlich blieben alle meine Fragen nach Telefonkontakt, Adressen oder Webseiten unbeantwortet. Stattdessen bekomme ich ein Foto einer Steam-Karte. Das war dann genug für mich. Und dieser Scam funktioniert wirklich? Gibt es tatsächlich Leute, die das bezahlen? Offensichtlicher kann ein Beschiss doch nicht sein. Ist der Menschheit wirklich nicht mehr zu helfen? Ich weiß gar nicht, wen ich mehr verachten muss. Euch Scammer oder die anscheinend dummen Menschen, welche darauf reinfallen. Aber ich denke, dass ihr die ganze Verachtung und die Betrogenen mein Mitleid bekommen sollten. Irgendwelche Einwände? Deutlicher konnte ich nicht vermitteln, dass mir bewusst war, hier mit Betrügern zu kommunizieren. Aber entweder werden meine Mails nicht gelesen oder einfach nicht verstanden oder eben ignoriert, denn ich kann mir die letzte ignorante Antwort nicht erklären. Nachdem ich abermals zur Zahlung aufgefordert wurde, ohne dass auf meine E-Mail eingegangen wurde, meinte ich nur, dass ich ohne Antworten nichts zahle und habe nie wieder von Angelic gehört. Eines ist klar, diese Scammer-Runde ist bisher die dümmste. Schreckliche Optik der Dokumente, ständige Änderungen wie bei der Gebühr oder den Zuständigkeiten und Adressen in den Formularen. Für mich unverständlich, wie diese Scammer zahlende Opfer finden. Dir sage ich noch, dass du auf dich aufpassen sollst. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lässt du mir ein Like da und teilst es in deinen Kanälen, damit auch andere gewarnt werden. Und ich sage noch Servus bis zum nächsten Video.